Weil es einfach ein großartiger Verein ist, ich viel davon gehört habe und mich einfach absolut überzeugt war von dem Wechsel. Balmir Soleimani kannte ich, wir haben damals in der U-Nationalmannschaft mal zusammengespielt. Auf einen aggressiven Spielertyp, der sowohl offensiv und defensiv seine Stärken hat. Mit der Mannschaft sich weiterzuentwickeln und mit der Mannschaft eine gute Saison zu spielen. Meine ganze Familie spielt eigentlich Fußball und ich habe ganz früh einen Ball an Fuß bekommen und es hat mir so gut gefallen, dass ich es so weitergemacht habe. Ich hatte mehrere, einmal die Olympiade 2016 in Brasilien, der Aufstieg in die Bundesliga mit Ingolstadt und der Klassenerhalt in der Bundesliga. Jaja Touré habe ich immer gesagt, ich finde ihn einfach super als Spielertyp. Ne, Max ist kurz genug, da gibt es keinen Spitznamen. Ich habe jetzt seit gutem Jahr mit Golf angefangen, gehe gerne golfen und gehe natürlich gerne was essen in der Stadt oder so. Ne. 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 Ne.